Tag, servus, monatalo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Ich habe ein Fantasy-Set dabei und zwar den Food Truck aus der Retro Collection. Er ist im Januar 2024 erschienen, jetzt seit ganz kurzem bei Amazon Deutschland erhältlich. 85011 ist die Nummer 2196 Teile und jetzt bitte kurz 93,49 Euro ist der Listenpreis oder der deutsche UVP von Pantasy. Das sind 4,2 Cent und wir schauen uns das jetzt gleich genauer an und das ist tatsächlich abgefahren. Und dazu könnt ihr mit DDFoodTrack, mit diesem Code, noch 15% Nachlass bekommen bei Amazon Deutschland im Pantasy Shop. Link ist unten und dann sind wir dabei knapp über 80 Euro und das ist abgefahren, denn ich zeige euch jetzt dann gleich ein paar Sachen. Da können sich andere Barmen anziehen. Ich habe so ein leichtes, die Sonne will da außen irgendwie sagen, man sollte rausgehen, deswegen blendet es hier ein bisschen. Ich hoffe, man kann trotzdem alles sehen. Wir haben eine Schachtel, die eigentlich ziemlich gut gefüllt ist, bleibt, ist jetzt nicht übertrieben groß, dem Set angemessen. Wir sehen hinten, man kann viele Dinge tun und Pantasy Shop, man kann sie wieder zumachen, alles schön, finde ich gut. Wir haben eine Anleitung bei Pantasy oder Pantasy habe ich immer das Problem, manchmal könnten sie es, ich habe davor ein Funhole Set gebaut oder teilweise Funhole, teilweise den, immer ein bisschen so im Wechsel. Und bei Funhole wird halt alles nochmal ein, zweimal genauer erklärt. Es ist alles Bauweise, es ist alles überhaupt kein Problem, mit 15 plus sowieso nicht, aber man muss manchmal zweimal hingucken, um genau zu verstehen, was sie meinen. Bleibt aber in letzter Konsequenz keine Frage offen. Was ich mag ist, was bei Funhole nicht der Fall ist, dass vorne immer genau aufgezeigt wird, was, wann gebaut wird, in welchem Bauabschnitt. Das finde ich besonders beim Zerlegen immer sehr praktisch, aber auch hier haben wir hinten keine Teilenliste. Was ich schade finde und was ich auch sehr schade finde, ist, von Pantasy findet man auf deren Webseite zumindest die PDFs nicht zum Download und das finde ich immer sehr praktisch. Ich baue gerne am Tablet und es bleiben einige Teile übrig, wobei viele davon eigentlich, Entschuldigung, eigentlich ins Set gehören. Zum Beispiel diese gelben Dinge, das sind Pommes, die in der Fritteuse liegen. Dann haben wir hier noch so bedruckte Spiegeleier. Also die Hälfte von den Teilen, die hier drin sind, gehören eigentlich irgendwo da reingelegt, aber ihr kennt mich, das tue ich nicht. Genauso hier. Das sind Donuts, die eigentlich da reingelegt gehören. Wir haben den typischen Pantasy-Teiletrenner in der wunderschönen Farbe. Und es bleiben zwei solche Plates übrig, was ich damit auch finde. Es sind viele Drucke drin, die vorher schon zusammengebaut als eine Tapete kommen. Man muss sie dann wieder zerlegen und die zwei Stützen bleiben sozusagen übrig. Dazu haben wir eine sehr großdimensionierte, oder das ganze Set ist, wenn man viel Minifix-Scale baut, tut man sich wahnsinnig schwer, den Scale irgendwie klar zu kriegen. Es ist eher so der alte Technik-Figuren-Scale, würde ich sagen. Ja, wir haben hier einen Burger, einen Ketchup und einen Tisch und alles, was ihr an diesem Set seht, sind Drucke. Und wir reden hier immer noch von 4,7 Cent je Teil und dann kriegt man hier sowas. Und das sind einfach zwei Teils, eine sehr große und eine kleine, die bedruckt ist. Und das zieht sich durch dieses ganze Set einfach durch. Ich mache mal einfach den Wendehals. Es gibt hier auch Drucke. Und dann seht ihr, diese komplette Wand sind einfach große Teils, die bedruckt sind, die vorher schon zusammengebaut als so eine Fläche kommen. Wenn man das, ja, ich habe keine Ahnung, wie viele Sticker das bei anderen Herstellern wären, das ist einfach abgefahren. Also Fantasy zeigt hier bei einem Preis-Leistungs-Verhältnis, Drucke sind nicht das Thema. Das können sie und das können sie richtig, richtig gut. Und es ist echt, ich werde aus dem Schwärmen, was die Drucke betrifft, bei diesen Teilen nicht rauskommen. Da kann Dänemark sagen, was sie wollen, dass sie ein Logistik-Thema haben. Auch diese Firma hat einen Stand an der Nürnberger Spielbahnmesse nächste Woche oder diese Woche. Auch die versenden weltweit. Auch bei denen kann ich mir Teile nachbestellen. I don't know. Also es gibt eigentlich keine Argumente mehr, warum überhaupt Sets für Erwachsene zumindest mit irgendeinem Sticker ausge... abge... Ja, keine Ahnung. Also es fehlen mir die Worte. Wie ihr merkt, das Ding ist so an die 39 Zentimeter lang. Es hat eine Höhe von, ja, sagen wir mal so 19 Zentimeter und eine Breite... von 14 Zentimetern zu grob. Ein richtiger Orschi. Man weiß immer nicht, wo man ihn genau anlangen soll, denn vorne und hinten fällt immer was ab. Die Türen machen wir mal zu. So. Allerdings, hier wäre bei aus Dänemark eine Formscheibe. Und das ist natürlich ein Kostenfaktor. Und den Weg, wenn Pantasy auch noch geht, dass sie bei sowas dann wirklich eine Formscheibe einbauen, dann ist aber ganz zu spät. Also weil dann ist wirklich alles, was man so zu meckern hat, weg. Das wäre noch nice to have. Mit der Front... Also es soll angeblich, habe ich im Internet gesehen, ein Chevy P30 Step Van sein. I don't know. Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Ob die von vorne so aussehen. Scheint so. Hier haben wir eine... Das ist ein bisschen schade. Hier hätte dahinter noch eine Plate gehört, damit man das nicht so weit reindrücken kann. Wenn man hier aufmacht, zeige ich euch gleich, kann man einen Grill oder irgendwas kann man rausziehen. Wir haben Reifen. Wir haben natürlich eine Lenkung, die mit dem Lenkrad zusammen funktioniert. Der rollt auch ganz schön, was er leider nicht hat. Das ist eine Hand of God. Wäre noch toll gewesen. Wir haben eine Treppe nach oben. Schaut euch diese Drucke an. Das ist so abgefahren. So. Hier hinten, ich weiß nicht, was das ist. Irgendwelche Kühlungen wahrscheinlich von der Fritteuse. Hier können wir aufmachen. Und da reinschauen. Zeige ich euch gleich. Und hier haben wir den Verkaufsbereich. Mit Menü nochmal. Und Open. Und das kann man natürlich auch... hier abmachen. Ich mach's jetzt mal... auf die... Und da hat das zerlegt. So. Kann man abmachen. Die Burger-Farbe der Brötchen ist so ein bisschen der eigene, finde ich. Das geht sehr ins Orange. Aber ist wohl so. So. Man kann das natürlich abmachen, ohne dass man alles abreißt. Aber wenn man hier zu macht, haben wir hier natürlich auch wieder Drucke. Und das Ganze ist einfach schön. Hab ich schon gesagt. So. Wir können den Deckel hier abnehmen. Hier oben drauf haben wir... Ich weiß nicht, was das für ein Windschutz ist hier. Den kann man so... Wenn man ihn nicht abreißt wie ich, kann man ihn auf und nieder klappen. Da haben wir ein paar Kisten angedeutet, in denen nichts drin ist. Und das sollte wahrscheinlich auch eine Lüftung sein. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie ich euch da reinschauen lassen kann. Denn hier drin ist eine Puppenküche, würde ich sagen. Also es ist hinten komplett zugeballert mit Kleingedöns, Fritteusen, Schränke. Es ist sehr schwer, euch das zu zeigen, fürchte ich. Ich kann mal schnell schauen, ob meine von oben Kamera uns da weiterhilft. Schauen wir mal. So, wir haben hier auf jeden Fall gedruckte Dinge, die auf dem Grill liegen. Wir haben eine Fritteuse. Ihr seht, da ist einfach jede Menge verbaut. Ich kann es echt schwer zeigen. Wir haben eine Kaffeemaschine. Mal gucken, wenn ich hier so mache. Bisschen. Wir haben eine Kaffeemaschine. Was ist das Silberne hier? Ach, das ist noch ein Mülleimer. Der gehört eigentlich nicht hierzu. Der nimmt nur Platz weg. Wir haben einen Kühlschrank, den kann man natürlich auch aufmachen. Kann ich ihn jetzt aber rausnehmen. Und da hat er alles zerlegt. Wie man das so kennt. Beim Donnergurgler. In den Kühlschrank gehören normal auch Dinge rein. Was auch immer das hier oben ist. Keine Ahnung. Hähnchen. Dann habe ich euch ja gesagt, hier auf der Seite gibt es diesen... Oh, ist abgefallen. Sehr gut. Gibt es dieses Ding zum rausschieben. Das glaube ich soll ein Grill sein, aber man kann ihn leider nicht aufklappen. Wir haben hier zwei Fritteusen, zwei Pfannen, jede Menge Schränke. Vielleicht mal noch so. Ah, guck. Hier seht ihr alles voll betoniert. Und auf der anderen Seite eben auch jede Menge geboten. Und der Detailreichtum ist tatsächlich krass. Die Menge an Drucke, die verbaut sind auch. Ich finde diesen Schwarz-Weiß-Boden natürlich super. Mag ich es sehr gerne. Was ich schade finde, das Dach ist hier oben. Nur mit jeweils hier hinten sind zwei Noppen. Und da würde, finde ich, hier vorne noch was fehlen, damit es sich nicht aufbiegt. Ich verstehe warum, weil es schwer einzunoppen wäre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da würde noch was gehen. Und hier oben noch so eine kleine Hand-of-God-Steuerung wäre der Burner gewesen. So, Kühlschrank ist hier draußen jetzt. Das kommt hier vorne wieder hin nochmal. Machen wir so. Dann fällt es nicht so auf. Und... Ah. Ich stelle ihn so rum hin, weil die Drucke sind einfach der Hammer. Ja, wie schon vorgeschwärmt. Wahnsinn. Also wer... Wem das Ding gefällt, bei dem... Hier macht man nichts falsch. Rollt auch gut. Für mich als jemand, der normal Minifig-Größen baut, etwas schwierig im Umgang. Preis-Leistung ist der Hammer. Die Details sind der Hammer. Die Drucke sind der Hammer. Die Bautechniken sind spannend bis interessant. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig, wenn man diese Seitenteile baut. Da baut man erstmal hier so ein Gerüst. Das wird dann nur mit vier Noppen da eingeklemmt. Und auf der anderen Seite auch. Das löst sich erst so im Laufe des Baus, dass das dann Stabilität bekommt. Mir ist es ein paar Mal wieder die ganze Wand einfach weggefallen. Die kann man dann einfach wieder hinbauen. Aber das hat mich ein bisschen nervengekostet. Das ist fast übertrieben. War ein bisschen filigraner. Man musste ein bisschen aufpassen. Die Türen sind auch nur mit zwei so... Ihr kennt diese 1x1, die oben noch so eine Spitze drauf haben. Sind die oben und unten eingehängt. Das ist ein bisschen tricky. Die Fliesen, keine Kratzer. Die Transparenz vorne könnte ein bisschen besser sein. Und wie gesagt, eine Formscheibe hier wäre mega gut. Mit dem Maßstab komme ich nicht ganz klar. Aber das ist halt so. Also in sich ist das alles schlüssig. Aber für meinen Kopf ist es zu groß. Es wirkt wie eine Big-Chim-Figur, wenn man aber eigentlich kleine Star-House-Figuren sammelt. Eine Hand-of-Gott-Staltung wäre noch mega gut gewesen. Vor allem Teile Windschutzscheibe habe ich schon gesagt. Stopper bei der Seitentür. Dass das nicht ganz reingeht, sondern einfach nur drunter eine Plate hätte gereicht. Dass es keine PDF-Anleitung gibt, finde ich immer noch schade bei Fantasy und die Dachverknoppen. Noch zwei Knoppen mehr und das wäre der Hammer. Kaufen wir es. Also wem es nur irgendwie gefällt, kaufen geiles Set. Und sei es nur für die Steine und die Drucke bei dem Preis. Ich bin sehr gespannt, was Fantasy uns auf der Spielwarenmesse nächste Woche oder diese Woche in Nürnberg zeigen wird. Habe auf jeden Fall schon einen Termin dort und werde euch weiter berichten. Das war der Donnergurgler für heute. Lass gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo und die Glocke aktivieren, damit dir nichts mehr passt. Lass dich gut gehen, klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.